Und wir haben ein wenig was vorbereitet und wir zeigen mal so einige Wegstrecken von Peter und schauen Sie mal her. Wo hast du es her? Lass Sie überraschen. Und film ab. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eigentlich sollte ich laut meinen Eltern ein Mädchen werden. Kaum konnte ich stehen, nahm mich Opa Müller, der selbst ein gefeierter Rockstar war, mit auf Tournee. Von Seniorenveranstaltung zu Seniorenveranstaltung. An meinem dritten Geburtstag jedoch bekam ich dann eine richtige Gitarre. Mein erstes Fahrrad, im Sportdesign, benutzte ich gleich für den Transport der Bandinstrumente. Hiermit radelte ich dann von Auftritt zu Auftritt. Bei Open-Air-Veranstaltungen auf den Spielplätzen dieser Welt flogen mir schon früh die Herzen der jungen weiblichen Fans zu. Wie hier unschwer zu erkennen ist, reizte mich in dieser Zeit mehr das Schlagzeug als die Gitarre. Die erste Band hieß die drei Draufgänger. Unser Sound war so toll, dass die Fans vor Begeisterung ausflippten. Doch dann irgendwann kam für mich ein neuer Lebensabschnitt. Lernen. Bis zur Einschulung hatte ich schon so viel Geld mit Auftritten verdient, dass ich mein altes Bandfahrrad in Zahlung gab und prompt mit einem Motorroller zur Schule fuhr. Damals war ich verknallt in die Country-Music. So vergingen die Jahre schüchtern und brav. Mit 14 arbeitete ich in den Sommerferien im Kaufhaus Hertie in der Musikabteilung und kaufte mir von dem Lohn die zweite Gitarre. Doch dann nahte fast das Frühe aus. Die Leerzeit stand vor der Tür. Durch die Musik lernte ich einen Bäckergesellen kennen und durch ihn wollte ich unbedingt Bäcker lernen. Man sagte früher auch Luffentramper. Doch was würde mein Lehrmeister zur Musik sagen? Alle Gesellen und auch der Lehrmeister waren Musiker. Super! Voller Begeisterung, wie mein Gesichtsausdruck hier verrät, spielte ich von nun an in der Bäckerei eigenen Band. Nach der Lehre trennten sich unsere Wege. Hier das Bild von meiner Abschiedsfeier. Völlig nüchtern und mit einem klaren Blick nach vorne gerichtet. Jetzt begann die Zeit scheinbar zu rennen. Musiker wechselten ständig, aber die Band eilte von Erfolg zu Erfolg. Und das in ganz Europa. 1979 fragte Tony Marshall, Costa Cordales und zahlreiche andere Künstler an, ob die Band nicht mit ihnen auf Tournee gehen würde. So folgten Auftritte in der ganzen Welt, sowie Rundfunk- und Fernsehsendungen. In der TV-Sendung Disco mit Ilja Richter, Sie erinnern sich sicherlich, hier die Band mit Tony Marshall, entdeckte mich eine Plattenfirma und ich bekam einen Vertrag. Der fahrende Gesell Lieder zwischen Alpenland und Worderkant war geboren. 1986 startete der Grand Prix der Volksmusik. Und ich startete mit durch. Es sollten viele, viele Grands Prix werden. Na, was meinen Sie? War das alles Seemannsgarn? Und ich stehe den, vieige Beruf, die Cyberdebernation. Und ich stehe den, viele Paranalyse.